Schalte mal nicht aus. Hier irgendeine Tür drücken. Naja, okay, lasst mich halt. Ein Vogel. Oh, die kann ich auch so. Weil ich nicht so aus dem Absetzen schade. Ist mir böse gewesen, ja, ich weiß. Was zur Hölle? Bin ich nett. Ach, das ist glaube ich die... Keiner und Todesfestierung der Todesfälle. Ja. Das ist die Gruft so zu sagen. Da kann man die Toten Norns begutachten. Und ihr lauft schon wieder. Wo sind eigentlich alle genau? Wo ist ein Wacker? Der schläft. Okay. Tilos ist da hinten. Ich hoffe, die laufen dann nicht irgendwo rum. Denn das ist dann weniger gut. Wüste, Wasser. Das ist die Brücke. Replikate, Effizienz. Da kommt das Ziel des Ganzen. Ist auch in den Welten hier... ...Dingens... ...Maschinenprogramm zu finden, damit man genau so ein Kram her. Den können aber, glaube ich, nur die Norns tragen. Und das muss man denen erstmal beibringen. Was ist das denn eigentlich? Gerät. Ja, toll. Achso. Und ich auch noch. Meeresbewesen schleudern. Mit ihren Verbindungsagenten können sie neue Eier oder Samen zwischen im Meeres. Scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Was ist das eigentlich eine Ski? Qualle. Diese gefressen Qualle verschwimmt keine kleine Kuschel, die zufällig über den Weg schwimmen. Gummninggras. Gummninggras ist eine grüne Salzwasserpflanze. Ja, das ist eigentlich Englisch. Oder... Ne, es ist da nicht nur gerade rechtschreiben. Wie oft im Grund der beiden Meeresbereiche wächst. Wenn sie reif sind, produziert sie Samen, die auf ihren Blättern wachsen. Bis sie davon treiben und versuchen, an einem anderen Ort eine neue Gumminggraspflanze anzusiedeln. Okay. Wesen ausweichen können es ein Wesen, klar. Okay. Du schläfst. Du läufst nicht umher. Du läufst aber umher schon wieder. Was ist das denn eigentlich? Funkkasten. Dieser kombinierte Sender-Empfängerkasten hat die Klappe, Tidos, kann mit anderen Komponenten verbreitet werden, um Geräte fernzusteuern. Es gibt 16 verschiedene Kanäle. Und wenn bei einem Funkgerät ein Signal an der ein Eingabeschnittstelle anliegt, wird es an alle anderen Funkgeräte wiedergegeben, die oft mit dem Kanal eingeschnitten sind. Achso. Könnte vielleicht irgendwann mal nützlich werden. Ich wüsste aber nicht wann. Behalten wir aber einfach mal. Was ist das? Nullfalltransporter, wenn sie das Gerät über die Schlintstellen oder durch Anklicken aktivieren und ein Transporter, Transporterstrahl ausgesendet, der alle in der Nähe befindlichen Wesen in die Krankenstation beamt. Ah. Und wo ist die Krankenstation? Ist das die Krankenstation? Ist das die Krankenstation? Apfel, eine wohlschmeckende Frucht, die einen hohen Nährwert wie Gewesen hat. Ihr Proteinanteil ist recht hoch. Das ist ein Detektor, ein bisschen Gerät lässt sich die Anwesen eines Wesenes non-Krendil-Attien und auch die Entfernung zu diesen überprüfen. Sie aktivieren den Detektor, durchdrücken das Knochen, das ist ja klar, schön, alles. Ach, das ist viel zu viel Zeug her. Wenn man sich erst mal, ja, lach nur, lach nur, dass ich mir voll hab, bin ihr seid wirklich alle sehr lieben zu mir, dass ich euer, euer, euer Aufpasser bin, das ist alles sehr lieb zu mir. Ach, also, das ist das Geräusch, kann ich irgendwann wo. Oh, irgendwer ist krank. Ich glaube, du bist krank, hä? So ist es aussieht. Nee, warte, du bist krank. Und wer bist du? Du bist Juna. Juna ist krank. Ja, das ist ja weniger, weil ich war die Krankenstation jetzt. Ich glaube, so. die krankenstation hier oben und dann wirst du mal eben dann würde ich gerne mal die kamera drehen natürlich äpfel habe ich hätte gern eigentlich hier ist wasser das sind hörmigkeit im granja weil sonst fressen die norns nämlich die also sonst fressen die brander die norns nämlich das ist doch weniger toll dann gehst du mal nach oben ich wollte eigentlich dass du deine runden gehst du bist du kannst das ding jetzt nicht benutzt ich würde eigentlich gerne dass du da drauf gehst jetzt toll wie benutzt man das teil schweben war es euch dies geht keine andere agenten transportieren setzen und agenten sind glaube ich die geräte hier also die die dinger hier sind agenten ist und ach das ist ein kampf sachen rufen das teil das ist glaube ich eine strahlen kanone ach da ist der aufzug der zur krankenstation führt muss man ja mal sagen was er da schon wieder die benutzer von wirklich irgendwelche gegenstände das finde ich nicht gerade toll ist mal nach oben naja ich habe gesagt dass das nach oben geht jetzt richtig gut und der knuscht sich schon wieder irgendjemand na gut ist dass ich die krankenstation oder was ist das vielleicht dass irgendwie nutzen ja ich weiß dass du krank bist aber weiter weiter mal bezeichnen posieren der schalter wir sind detektor schlamm pistole ach so und dann kann man auch leute töten also nonste lichtmodul wo ist denn bitte eigentlich die krankenstation wo ist denn bitte teleporte täte täte ist ganz toll ich weiß aber ich suche kassel aus wie die krankenstation irgendwie finde ich es nicht das müsste doch irgendwie sehen das aus wie die krankenstation oder sowas so was macht ja der vogel schweinchen ja das hat dich auch messer gemacht hat ja ich weiß dass du krank bist immer ja das ist ja wirklich alles sehr interessant ich habe schon seit ehigkeiten her gespielt habe ich müsste gerne jetzt mal bekommen wollten generieren und wenn man generiert aber wusste mit den krankenstationen sondert sich als extra kuhlen dafür oder was und sich eine findet das ist der lehrraum will ich aber nicht hin ich muss mir eben glaube ich googeln ich werde mir kurz googeln also folgendermaßen warum ist hier schon wieder jetzt okay wir müssen mit ihr wo ist denn da ist er zur brücke das ist nämlich nicht die krankenstation das ist irgendwas anderes ich weiß aber nicht was so dann eben meine runden bitte das geschehe dann würde ich gerne mal mit dir nein ja juna ist toll juna du bist wirklich ein sehr schlauer norm du bist irgendwie ein sehr sehr schlauer nur nahe 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 jetzt danke ja lauf gegen die wand nein ich habe nicht auf dem krägst du schnäpfe jetzt danke geht doch so wie wollte ich jetzt verarschen wir müssen erst mal verstehen was er hat hat